Hier im Hotel Sacha ist man wirklich von Geschichte umgeben und ich nehme an, dass der Geschäftsführer Matthias Winkler auch schon einiges erlebt hat im Laufe der Zeit. Aber das ist schon eine außergewöhnliche Krise, die wir zurzeit hier erleben. Wie geht es euch? Du erwähnst das, Sacha geht zurück auf 1832 und bis heute liegen nicht nur weit über 180 Jahre, sondern auch viele andere Krisen. Aber das, was wir derzeit erleben, hatten wir noch nie, weder live erlebt noch in den Geschichtsbüchern gefunden. Wir sind seit vielen Wochen geschlossen, wir haben überhaupt keine Gäste im Haus, kaum Mitarbeiterinnen da. Also das ist letztlich mit wirtschaftlich Desaster und Katastrophe zu beschreiben. Das ist die wirtschaftliche Wahrheit. Auf der anderen Seite gibt es auch sehr viel Hoffnung auf diesen berühmten Tag 1, wenn es denn wieder losgeht und sehr viel Energie, sich diesem auch zuzuwenden. Die Hotellerie ist ja doppelt betroffen, könnte man fast sagen. Man hat jetzt zugesperrt und es wird offensichtlich noch einige Zeit dauern, bis man wieder reisen darf. Viele sagen, es wird erst möglich sein, wenn man wirklich einen Impfstoff hat. Wie ist da eure Einschätzung oder wie geht ihr damit um? Also ich glaube, wichtig ist festzuhalten, dass wir wirtschaftlich ja stark getroffen sind, das stimmt. Aber es gibt andere Branchen, die noch viel, viel härter getroffen sind. Und wenn ich an all die Ärzte denke und an die Krankenschwestern und an jene, die im Supermarkt täglich arbeiten, die verdienen, glaube ich, zuerst mal allergrößten Respekt. Und wenn wir dann schauen, wie schauen die ökonomischen Auswirkungen auf verschiedene Branchen aus, dann ja, dann kommt die Hotellerie, der Tourismus, die Gastronomie dran. Ja, wir sind seit vielen Wochen geschlossen. Wir schauen auf weitere Wochen der Schließungen hin. Die Regierung hat Mitte Mai in Aussicht gestellt, wenn wieder Gastronomie oder Hotellerie schrittweise, also in kleinen Schritten, möglich sein soll. Aber neben der gesetzlichen Möglichkeit wird es auch dann eine wirtschaftliche Wahrheit geben. Wenn, so wie im Sacher, 90 Prozent unserer Gäste nicht aus Österreich kommen, also international Reisende sind, dann werden wir wohl eher über viele Monate und Jahre sprechen müssen, bis sich unser Geschäft hoffentlich wieder normalisiert als über Beispiel Anfang Juni. Ihr habt natürlich auch sehr viele Angestellte. Auf der einen Seite ist es natürlich lobenswert, wenn man jene lobt, die jetzt an der Kasse arbeiten oder Ärzte etc. Aber mit euren Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen ist es ja auch nicht so leicht. Die stehen ja auch irgendwie vor dem Nichts, beziehungsweise haben Existenzangst, nehme ich an. Wir waren eines der ersten Unternehmen im Tourismus, die, bevor noch die Rahmenbedingungen klar waren, gesagt haben, wir agieren als Team in guten wie in schlechten Zeiten, wir benehmen uns wie in einer Familie, in guten wie in schlechten Zeiten und haben sozusagen alle auf Kurzarbeit angemeldet. Dann kamen die Rahmenbedingungen und wir haben gesehen, das wird eine sportliche Herausforderung, ist eine gute Initiative, aber kostet das Unternehmen auch Geld. Bei uns sind es fast 800 Menschen, die in Kurzarbeit sind, damit ihren Job behalten konnten. Das ist unsere feste Überzeugung. Wir überlegen ja auch nicht, Schreibtische oder Küchengeräte wegzugeben. Nein, unsere Mitarbeiter sind das Herz und die Seele eines solchen Unternehmens. Zu denen wollen wir stehen und umgekehrt sehen wir, die stehen auch ganz riesig zu uns. Die Sache steht ja auch für Innovation, wurde immer wieder renoviert. Gibt es da Möglichkeiten, sich weiterzuentwickeln? Ich glaube, wir haben so drei Phasen. Das erste ist akzeptieren und anerkennen, dass es eine veritable Krise ist. Ich würde sagen, da sind wir mittendrin, das haben alle jetzt verstanden und wir sind angekommen in der Krise. Die zweite Phase war jene der Systemerhaltung. Also ganz einfache Dinge wie Löhne überweisen. Kein Programm kann das ausrechnen, was die Kurzarbeit jetzt von uns verlangt. Das heißt, wir haben in unseren HR-Abteilungen und in der Personalverrechnung, da glühen die Computer und die Köpfe. Da wird voll gearbeitet, so viel intensiver noch als in der Zeit davor. Und dann gibt es etwas, was heißt, drittens, dieser Tag einzurmen wir genannt. Nicht nur ein Licht am Ende des Tunnels, sondern ein Scheinwerfer am Ende des Tunnels. Und auf diesen arbeiten wir hin. Wir haben Themenfelder definiert, was nachher wichtig sein wird, was nachher anders sein wird. Und an diesen Arbeiten jetzt Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beginnen, sich damit auseinanderzusetzen. Aber wie lange, glaubst du, kann die Branche sich das noch unter Anführungszeichen leisten? Ich glaube, die Betroffenheit ist sehr unterschiedlich. Es gibt wenig Betroffene und es gibt lebensbedrohlich betroffene Unternehmen. Und keiner von denen ist wirklich schuld. Also die Branche wird schon eine Zeit lang aushalten, aber das ist eine volkswirtschaftliche Betrachtung. Das, was wichtig ist, ist jetzt, diese menschliche Seite zu sehen, dass es hier um Existenzen geht, dass es hier um Familienbetriebe geht, dass es hier um Lebenswerke oder gar Generationenwerke geht. Und da sind einige bedroht davon. Und die einen sind schon bedroht, die anderen werden in zwei Monaten bedroht sein, die letzten werden in drei bis vier Monaten bedroht sein. Also ja, wir steuern auf eine wirklich schwierige Zeit hin. Und es wird uns nur gelingen, wenn wir gemeinsam durch diese Krise gehen werden.